Kundenakquise. Immer wieder neu, immer wieder diskutiert, immer wieder umstritten. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Kaum ein Thema wird im B2B-Vertrieb immer wieder diskutiert, es wird gestritten, Leute haben ihre Meinung, Leute denken, das muss man so machen. Aber muss man es wirklich auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen? Tja, wir stellen uns immer wieder die Frage, wie Kundenakquise am besten funktioniert. Und ich denke, es ist ein Tanz zwischen dem Bewährten und dem Innovativen. Eine Mischung, die sowohl Neugier als auch Vertrauen weckt. Bei der Kundenakquise geht es nicht nur darum, potenzielle Geschäftskunden zu finden, sondern auch darum, eine Beziehung aufzubauen, die dann belastbar wird für das, was wir eigentlich erreichen wollen. Und dabei spielen moderne Mittel genauso eine Rolle wie bewährte alte Methoden, aber vielleicht anders als früher. Also wie funktioniert es? Welche Tools und welche Strategien bringen uns wirklich weiter? Und wie können wir die Fehler vermeiden, die uns in der Vergangenheit genervt haben? Und die Fehler vermeiden, die jetzt einfach auftreten, wenn man so weitermacht, wie immer. Wir leben in einer Welt, in der Informationen einfach nur ein Klick entfernt sind. Jeder hat ein Smartphone, jeder kann jederzeit auf das Wissen der Welt zugreifen. Und das verändert nicht nur, wie wir kommunizieren, sondern auch, wie wir Geschäfte machen. Im digitalen Zeitalter erwarten unsere Kunden und potenziellen Kunden nicht nur, dass wir präsent sind, sondern, dass wir auch auf ihre Bedürfnisse eingehen. Bedürfnisse, die was zu tun haben mit der Art und Weise, wie wir informiert werden wollen und wie wir kontaktiert werden wollen. Und das bedeutet, dass unser erster Schritt in der Kundenakquise wahrscheinlich nicht mehr der Kaltanruf oder die unerwünschte Mail sein sollte, sondern was anderes. Zum Beispiel die Bereitstellung wertvoller Inhalte, die losgelöst jetzt von unseren Produkten und unserem Angebot dabei helfen, unsere Expertise und unseren Wert für den Kunden beweisen. Also Stichwort Blog-Inhalte, Podcasts, so wie dieser hier. Webinare, White Paper, E-Books, alles, was den Kunden interessiert, weil es ihm hilft, bei seinem Thema einen Schritt weiterzukommen. Und der kalte Anruf, also dieses unerwartete Mein-Telefon-Klingelt, ist aus zwei Gründen mehr und mehr irrelevant. Grund Nummer eins. Es ist bei Leuten, die was zu tun haben, also die wirklich vernünftig im Job sind, ziemlich unwahrscheinlich, dass man sie zu einem zufällig gewählten Zeitpunkt persönlich erreicht. Warum? Naja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mein Kalender von heute ist voll. Da ist wirklich jede Stunde ausgeplant. Die Wahrscheinlichkeit, dass mich jemand erreicht, wenn er mich spontan anruft, ist null. Aber natürlich ist mein Kalender nächste Woche oder übernächste Woche noch nicht ganz gefüllt. Also das heißt, wir könnten jetzt einen Termin vereinbaren. Also Grund Nummer eins. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach Zeit habe und erreichbar bin, ist für jetzt ziemlich unwahrscheinlich. Und der zweite Grund ist, Gewohnheiten verändern sich. Die Generationen meiner Kinder, die sind jetzt Anfang 30, die kommen wesentlich seltener auf die Idee, einfach mal anzurufen, als vielleicht meine Generation, der Babyboomer. Und zwar deswegen, weil die Kommunikationsmethoden anders geworden sind. Menschen, die mit dem Smartphone groß geworden sind, tendieren dazu, erstmal eine Nachricht zu schreiben und sinngemäß zu fragen, ob es okay ist, jetzt zu telefonieren. Also das heißt, dieser unerwünschte, plötzliche Anruf passt immer weniger in unsere Welt. Also wie kriegen wir es dann hin? In der Welt des B2B ist natürlich immer noch das persönliche Gespräch und das persönliche Netzwerken extrem wichtig. Also natürlich Telefonate, Veranstaltungen, Messen, Online-Meetings, persönliche Meetings, Stammtische und so weiter sind natürlich wichtig. Menschen sind dazu gemacht, um miteinander zu reden und sich auszutauschen und sich zu treffen. Die Frage ist nur, wie bahnen wir das an? Der Schlüssel ist ganz sicherlich nicht, mit der Tür ins Haus zu fallen. Immer weniger, war es vielleicht noch nie. Also vielleicht müssen wir erstmal einen Wert bieten, eine helfende Hand reichen, bevor wir überhaupt anfangen, über Geschäfte zu reden. Es geht darum, eine Verbindung herzustellen, auf vielleicht sogar einer persönlichen Ebene, damit dann der nächste Schritt, die Diskussion über Produkte, Dienstleistungen, Angebote, Preise und so weiter, wesentlich natürlicher wird. Wir stellen uns vor, dass zwei Menschen sich begegnen und einer von den beiden sofort einen Heiratsantrag macht. Sofort etwas will, sofort etwas fordert. Eine geschlossene Frage stellt, sagt, wollen wir heiraten? Das erkennen wir sofort, dass das natürlich Unsinn ist. Dafür muss man erstmal, ja, sich kennenlernen, Beziehungen aufbauen. Ich nenne das Flirt. Und vielleicht ist ja Akquise, also Kundengewinnung, sowas wie ein Business-Flirt. Wir müssen uns erstmal annähern und dann belasten wir die Beziehung. Ein weiterer Punkt ist, den wir, finde ich, auch nicht außer Acht lassen sollten, ist die Bedeutung von Daten. In einer Welt, die von Big Data und KI angetrieben wird, haben wir Zugang zu Werkzeugen, zu Informationen, die es uns ermöglichen, die Zielgruppe nicht nur besser zu verstehen, sondern auch ein Stück weit vorherzusagen, was sie benötigen und was sie wünschen. Also CRM-Systeme, Analyse-Software, automatisierte Marketing-Tools, all das kann uns dabei helfen, genauer und besser zu werden in dem, was wir an Themen ansprechen. Und die können uns auch dabei helfen, unsere Botschaften so zu personalisieren, dass die Angebote, die wir vielleicht individuell machen wollen, wesentlich besser passen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass in unserer Welt, wie im Leben, geht es um ehrliche Beziehungen, echte ehrliche Beziehungen. Es spielt also keine Rolle, wie beeindruckend unsere Zahlen, unsere Leistungsdaten oder wie innovativ unsere Produkte sind. Wenn wir nicht in der Lage sind, echte Bindungen mit unseren Kunden einzugehen, dann wird das alles nur sehr kurzlebig sein. Also Kundenakquise im B2B-Bereich ist kein einmaliger Schuss. Es ist ein Prozess, der Empathie, Geduld und das echte Bestreben erfordert, das Leben unserer Kunden zu verbessern. Also erste Zusammenfassung. Effektive Kundenakquise, auch im modernen B2B-Bereich, ist eine komplexe Mischung aus digitaler Präsenz, persönlicher Vernetzung, datengesteuerter Personalisierung und vor allem dem Aufbau echter, bedeutsamer Beziehungen. Es gibt keine Einheitslösung, aber mit der richtigen Strategie, den richtigen Werkzeugen und einer authentischen Haltung können wir neue Kunden nicht nur effektiv gewinnen, sondern sie auch zu treuen Partnern machen, die den Kern unseres Geschäftserfolgs ausmachen. Zuallererst müssen wir anerkennen, dass die Zeiten, in denen technische Daten und Fakten alleine überzeugen konnten, schon vorbei sind. Kunden suchen nach Ergebnissen, nicht nach Produkten. Sie wollen verstehen, wie unser Angebot konkret dazu beitragen kann, ihre Probleme zu lösen oder ihre Situation zu verbessern. Und deshalb ist der erste Schritt zur effektiven Kundenakquise, unsere Zielgruppe tiefgreifend zu verstehen. Was bewegt sie? Welche Herausforderungen stehen an erster Stelle auf ihrer Agenda? Und wenn wir das rausgefunden haben, wenn wir das verstanden haben, dann können wir über die Ansprache des Problems eine Resonanz erzeugen. Und dann erst viel später, wenn der Kunde entschieden hat, ja dem will ich zuhören, dann können wir auch noch eine Lösung bieten und vielleicht sogar eine Entscheidung bewirken. Aber wie geht es in unserer heutigen schnelllebigen Welt, wo die Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist denn je und immer kürzer wird? Wie können wir die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden gewinnen? Tja, vielleicht ist es ja viel einfacher, ein bestehendes Interesse zu finden, als zu versuchen, Interesse für irgendwas zu wecken. Also statt jemanden von einem Thema überzeugen zu wollen, das für mich wichtig ist, ist es vielleicht besser, ein Thema anzusprechen, von dem ich weiß oder zumindest vermute, dass es für den anderen wichtig ist. Und über dieses Thema dann mein Angebot, meine Idee, meine Lösung, meine Produkte verknüpfen. Also wir dürfen nicht die bewährten Methoden aus den Augen verlieren. Persönliche Netzwerke, Empfehlungsmarketing, Fachveranstaltungen sind kraftvolle Kanäle. Und natürlich auch der Kundenbesuch, der ganz klassische Ich-Fahr-zum-Kunden-Besuch. Es geht also nicht darum, jetzt zu sagen, das eine geht nicht mehr und das andere geht, aber es wäre doch schön, wenn wir digitale Methoden nutzen, um rauszufinden, ob vielleicht ein Thema jemanden interessieren würde. Und jemand die Gelegenheit zu geben, darauf zu reagieren. Interesse zu zeigen, zu sagen, hey, das interessiert, ja, das will ich, da will ich hören. Und da helfen uns natürlich die digitalen Methoden. Wäre es denn nicht toll, wenn so ein Kunde sich einfach für etwas interessiert, was dann im Verlauf des Gesprächs dazu führt, dass vielleicht eine Lösung angeboten wird, statt immer gleich sofort und nur die Lösung in den Vordergrund zu stellen. Also wie funktioniert jetzt ganz konkret moderne Kalterquise im B2B? Wir finden und binden Geschäftskunden nicht nur durch die Anwendung von Technologien, sondern indem wir uns auf ein Gespräch, eine echte Beziehung stützen können. Und die Herausforderung besteht, die beiden Welten, also dieses digitale, unpersönliche, schnelle, mit dem Verbinden von Menschen zusammenzubringen. Also wir müssen lernen, die Geschichte zu erzählen. Die Geschichten, die in Resonanz gehen und Vertrauen schaffen. Und diese digitalen Kanäle machen es natürlich viel leichter, diese Geschichten schneller an die richtigen oder hoffentlich potenziell richtigen Leute heranzubringen. Und dadurch schneller zu werden, als man jemals sein kann, wenn man versucht, pro Tag 30 oder 40 Leute anzurufen. Neue Kunden effektiv zu gewinnen erfordert also eine fein abgestimmte Strategie, die sowohl die Macht der modernen Technologie nutzt, als auch diese unersetzliche Funktion menschlicher Beziehungen und Bindungen anerkennt. Und nur wenn wir dieses Gleichgewicht hinkriegen zwischen digital fit sein und digital erfolgreich sein und auf einer menschlichen Ebene sich wirklich zu interessieren für den anderen, der da gegenüber sitzt und ihm das zu bieten, was er haben will, nur diese Verbindung wird auf Dauer zum Erfolg führen. Also neben dem Verständnis für die Bedürfnisse des Kunden spielt natürlich die Art und Weise, wie wir kommunizieren, eine ganz wichtige Rolle. Die moderne Kalterquise bedient sich einer Vielzahl von Kanälen, von traditionellen Meetings, aber auch Telefonaten bis hin zu digitalen Plattformen, LinkedIn, Videos, die Möglichkeit, Texte runterzuladen. Die Kunst besteht darin, die richtigen Kanäle zu finden und sie in diesem Prozess der Anbahnung konsistent und authentisch zu nutzen. Und deswegen ist dieses Kalterquise per Telefon so ein bisschen aus der Mode geraten. Heißt es, dass wir nicht mehr telefonieren? Natürlich werden wir noch telefonieren, aber wie wäre es denn, wenn wir den Kunden die Möglichkeit geben, so ein Telefonat zu bestellen, also sich zu wünschen? Wie schaffen wir es, den persönlichen Kontakt in einer immer digitalisierteren Welt herzustellen und aufrechtzuerhalten? Die Art, wie wir kommunizieren, verändert sich ja andauernd. Und Vertrieb ist Kommunikation. Und wenn wir uns nicht anpassen an das, was die Kunden tun, weil es für sie bequem ist, weil es für sie einfach ist, weil es für sie hilfreich ist, dann sind wir raus. Also einerseits müssen wir die Nutzung moderner Technologien durchaus anerkennen, die es uns ermöglichen, auch individueller Weise mit unseren Kunden zu kommunizieren. Und auf der anderen Seite ist natürlich Empathie und sich in die Augen schauen und echtes Interesse füreinander aufbringen noch viel wichtiger. Aber wir können ja nicht tausende, hunderte von Leuten gleichzeitig echtem Interesse entgegenbringen. Also ich versuche mal eine Zusammenfassung zu machen. Die moderne Kaltakquise oder Kundenakquise ist eine Mischung aus traditionellem Wissen und neuen digitalen Methoden. Also wie wäre es, wenn jeder Mensch, der im Vertrieb arbeitet, einen Link hätte, wo jemand draufgehen kann und man sieht die freien Zeiten im Terminkalender von diesem Menschen und kann sich jederzeit, auch außerhalb der Geschäftszeiten oder vielleicht am Wochenende, einen 15- oder 30-Minuten-Gesprächstermin buchen. Nämlich dann, wenn ich als Kunde oder als Interessent jetzt beschließe, das Thema ist jetzt wichtig für mich, da investiere ich 30 Minuten. Natürlich wird es anzahlmäßig wesentlich weniger sein als die Kunden, die wir vielleicht anrufen wollen, aber dafür sind die Gespräche, die dann zustande kommen, natürlich wesentlich wirksamer. Also habe ich eine Möglichkeit geschaffen, um meinen potenziellen Kunden und meinen Interessenten jederzeit die Möglichkeit zu geben, mich anzusprechen? Und ansprechen meine ich jetzt im übertragenen Sinne. Also gibt es eine Möglichkeit, um jederzeit mit mir verbindlich Kontakt aufzunehmen, mehr als nur so eine blöde Kontaktseite, in der ich irgendwas reinkopieren soll und wo vielleicht noch so ein Captcha da ist, wo ich dann beweisen muss, dass ich ein Mensch bin. Das ist einfach digital, aber eben nicht das, was wirklich eine Beziehung begründet. Also kann ich jemandem die Gelegenheit geben, mit mir verbindlich Kontakt aufzunehmen und auf Dauer zuverlässig Inhalte liefern, die für meine Zielgruppe relevant und interessant und vielleicht sogar unterhaltsam sind. Und nicht nur immer wieder über meine Produkte und Dienstleistungen labern. Wir haben dies, wir haben jenes, wir sind so toll. Nein, stattdessen mal überlegen, was will denn der Kunde lesen, hören oder sehen und ihm das bieten und über das, was ihn interessiert, diese Beziehung begründen. Also lasst uns flexibel bleiben, lasst uns offen sein für Neues und auch nicht gleich auf jede Sau draufspringen, die durchs Dorf getrieben wird, aber mit dem Verständnis, dass sich Kommunikation verändert und wir die Kommunikationsgewohnheiten unserer Kunden auch wirklich aufgreifen wollen. Mit diesem Verständnis und dem Willen, unseren Kunden zu zeigen, dass wir ihre Bedürfnisse wirklich verstehen wollen und ernst nehmen. Wenn wir das tun, dann können wir effektiv neue Kunden gewinnen und langfristig Geschäftsbeziehungen aufbauen. Das war vielleicht noch nie anders, aber die Art und Weise, die Medien, mit denen wir das tun können, das verändert sich extrem schnell. Also lasst uns dranbleiben. Wenn Sie jetzt eine Idee haben, was Sie künftig in Ihrem Geschäftskundenkontakt besser machen können, dann hat es sich gelohnt. Aber vom Zuhören wird man noch lange kein besserer Verkäufer. Also einfach mal vorbeischauen bei stefanheinrich.com und nachlesen, weitere Infos holen und wirklich in der Praxis umsetzen.